Wäre doch gelacht, wenn wir von unserem Moppelchen nicht noch einen Schissabdruck hinbekommen würden. Suss. Ist doch herrlich, mit welcher ist der liebe Gott hier die Bäume aufgeste... Die alten Zehe wurden schlecht und man begann sie auszuscheißen. Doch ist dies noch lang ein Grund, die neuen auch gleich wegzuscheißen. Oma Trinimstück. Das einzige, was in diesem fabelhaften Ratgeber für die Frau drinsteht, ist, wie man die Schallkraft aufhebt, liebe Zuschauer, Randon. Und nun zeige ich euch, wie ich damals euch nicht verhindern konnte. Krasolos Experimente mit Zeitraum und Beschleunigung finden unsichtigerweise zwischen 23.30 Uhr und um 23.30 Uhr statt. Ihr Name ist Zaz, das biblische Urfeil. Raten Sie mal, welcher Mann zu Hause immer beim Ess-Es in den Salat f***t. Hey, Alter, hast du ne neue Oma oder hast du ne alte frisch gestrichen? Leiter für Unzufriedenheit bei 1&1. Wer hätte gedacht, dass man in einer Wellness-Ozase ein derart elendes Dasein isten muss? Martina hat erstmal genug. Zu Darmuseum ist es immer geradeaus. Sie können's verfehlen, meine Strumpf. Ach, mit meinem Egon hab ich ja solche Ausflüge nicht gemacht. Aber dann ist er ja ach, ach, in den Schuh gefallen. Oh, ho, 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 ho.